Hallo und herzlich willkommen zurück aus meinem Kanal hier bei Leon X. Heute wieder mal ein Spiel mit Switch Galaxy Ultra und wir machen natürlich weiter. Ich weiß das letzte Video liegt schon ein paar Tage zurück, aber naja. Diejenigen die sich noch dran ändern werden, werden sich daran erinnern, dass wir jetzt die 80 Punkte erreicht haben und dann tatsächlich jetzt das nächste Level endlich starten können. Na ja, soviel erstmal dazu. Ich werde nach wie vor das Modell, also das etwas neuere Modell nehmen und ich lasse die Farbe blau auch bestehen und ich werde diesmal nicht das Upgrade nutzen, sprich ich werde das alte nehmen. Das ist die ja normale Version. Ähm, naja. Wie gesagt, wenn man sich einsetzt hat, die an diesem Spiel nicht wirklich macht Scheiße. Das ähm... Scheiße? Nein, das ist mit dem Steuerknüppel man quasi schon rum backt. Ja, ihr hört's grad, ich bin nicht alleine, bei mir ist der Cedric, diejenigen, die von euch, die mein Video vor ein paar Tagen in der Altstadt gesehen haben. Ähm... Achja, das waren Zeiten. Cedric ist ja mit den bunten Haaren. Das waren Zeiten. Das war gestern, soweit ich weiß, also wenn man jetzt nicht die Zeit von den Videos hier nimmt, ne. Achja. Boah, Leon. Ich kann den Leuten nur empfehlen, ich hab hier grad so ne mega geile Pizza. Ja. Ja, ja. Fack dir mal deinen Pizza rein. Boah, Digga, den Pizza ist so geil. Boah, du kriegst ja schon fast einen halben Orgasmus. Ja, ist ja gut. Wir waren noch 40 Minuten noch. Wie viel Zeit ist bei dir, Warfander? Na, ich brauch noch 3 Stunden. Ich glaub, ich nehm ja jetzt grade auf. Ähm... Ihr habt's ja schon gesehen, ich bin relativ häufig gegen die Wand gefahren. So, wo ist das denn? Ach, verdammt. Das hab ich tatsächlich eingebrochen. Es ist auch so ein... Es ist für dich selber so ein bisschen blöd, wenn ich ja nichts will. Da werden dann, ähm, plötzlich Autos auftauchen und die, ähm, dann ein Stück zickzelt uns nach vorne. Ach, Scheiße. Das Ganze hier spielt ja im All... Der Hintergrund, ich hab's schon mal gesagt, das ist beeindruckend. Ich will... Ah, lieber Leon, ich muss dich mal kurz beiseite legen. Irgendwie bin ich so weit dran von PS4 weg. Und ja. Ja. Wann wird noch Herr von dir? Na ja, ähm... Für diejenigen, die sich jetzt wundern werden, das Video ist noch so ein bisschen älter, warum kommt denn jetzt auf einmal öfter mit an? Ja, ganz einfach, ähm, dieses Video ist tatsächlich nach der Zeit in der Altstadt. Allerdings werde ich das erst später online stellen, ich will das nicht mal die nächste Runde vorbereiten. Weil ja auch ehrlich gesagt, da kommt nicht immer wieder zurück zu spielen. Ähm, ja. Ich werde auch nachher noch gleich auf Skype zocken. Und davon werde ich dann ein Video machen, das wird dann wahrscheinlich dann online kommen. Also nicht wundern. Naja. Ähm, muss man verlassen. Und aber vor dem Loch, irgendwie der Punkt zusammen. Naja. Ähm, muss man verlassen. Ach, na, na. Ich meine, weil ich weiß nicht, wie viele Punkte kriegt, ist es noch nicht klar. Ich bin ja nicht klar. Ich bin ja nicht klar. Ach du Scheiße. Boah. Zu schnell! Zu schnell! So, komm mal den Gang runter! Verdamm, 3 oder weniger. Bleiben nur noch acht. Ja komm! Noch schneller! Oh, ich hab dichiani gemacht. 8 Punkte, 190 Credits. Na ja. Ich werde gerade gern sagen wie schnell das noch mal. Ich bin da bitte ja rein. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht froh, dass ich in die Wand gefahren bin. Naja. Mal schauen, wie viel braucht man fürs nächste Level. 95, ja toll. Wir suchen uns wieder ein einfaches Level. Da hab ich schon so viel. Da, drei. Da, drei. Da, drei. Da, drei. So. Suchen kann man es hier mal. Schön ist hier, ja jetzt mit meinem Modell. Weiß doch. Über bisschen Gas. Ja. Nein, nicht die erste Revolte, beziehungsweise Alpha, da kann man noch ein bisschen mehr mehr als die. Nein. Wie die Meteorien durch die Möchtung durchgebracht, ist die Staffel scharf. Das ist für einen. Ähm, das ist ein Mikro am Ende, ich halte den Tief und durchgehe ihn mit dem Rücken, obwohl ich nicht durch den Tief habe, weil es zum Teil mal zu langweilig ist. Und dann wird es verletzt. Irgendwie, zweitens, irgendwas passiert, wenn man so eine, ähm, so ein kurzes Stück überhaupt mehr hat. Aber ich will jetzt irgendwie irgendwie nicht wissen, aber gleichzeitig will ich auch. Ich kenne die nicht, dass so lange passiert, aber ich will jetzt nicht herausfinden. Ich muss jetzt schon etwas tief sein. Oh, die kommen schon? Ja. Den Kitsch-Pong ist wieder da. Hm. Der hat noch die Lust, ein bisschen Black-Off zu spielen. Da mache ich es auch gleich dazu. Obwohl es nur gesagt wird. Das ist ja voll. Das dauert nicht sehr lang. Ich komme gleich mit zu. Ja, ich... Bei mir ist das Problem nicht. Hm. Ich spiele nicht. Ja. Während ich das Unternet. Ja, okay. Na ja. Na ja, neun Punkte mehr. Zehn Jahre oder so. Und wenn ich jetzt jetzt... Nein, es geht natürlich nicht. Ach hier, okay, da halt ich drei Punkte. Entschuldigung. Dann versuchen wir es hier. Ja, so mies. Aber jetzt weiß ich, wie es tickt. Ja. Ach, hier ist das... Ach, das ist das... Ach, das ist das... Das war das erste, wenn wir mit dem Afrika... Okay. Das ist gleich die Technologie vorhin. Die Lust, ich glaube, einfach dauerhaft zurück. Ja. 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 Ja, du weißt nicht, du hast das Spiel ja nicht selber, du weißt nicht wie das die Strecke ist. Ja. Wie sagen wir so, ein bisschen... Ja. Ein bisschen... Klapp vielleicht, oder? Ich mag das Spiel eigentlich. Ja, okay. Wir sind immer noch zu zweit. Ich glaube aber auch nicht. Ich habe zwar ein paar mehr eingeladen, aber ich glaube nicht, dass die noch kommen. Ne, wie heißt... Ich hoffe eigentlich, ich hoffe nur, dass ich mich mal und so... Ja. Äh, Manuel, mich so einladen, weil sie sehen, was anderen bin ich so. Ach so. Also, wenn die mich nicht einladen, die mich anlässt, ja okay, komm zu dir und dann statt zu gehen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab dieses Jahr, ähm... Bei Manuel siehst ja mittlerweile nicht mehr, ob du auch nicht oder nicht. Denn der hat ja immer als Popline eingeschaltet. Scheiße. Ich hab... Ich hab' nicht... Ja, Bescheid. Genau. Ich mein' wenn die Punkte immer so weit oben oder unten stehen, dann weiß man nicht... Krieg ich viel raus. Scheiße. Oh nein! 3 Punkte verloren. Scheiße. Ja. Ja. Das heißt, es muss immer so werden, wie wir jetzt direkt leider starten können und leider strecken wir vorwärts auch nicht gewahrt. 2 Minuten geben 1. Es geht eindeutig besser. 5 von 10, 2 Minuten. Wenn ich jetzt mal so sehe, ich habe überall noch so viele Steppen, könnte ich noch so viel einfach nehmen. Ich brauche hier einfach nur 95, ich habe dann mal 92, aber naja. Was ist denn? Was ist denn? Ich mache das nochmal. Ich mache jetzt das gleiche Level nochmal, ne. Ich mache das erste Level nochmal zum Spaß. Da habe ich nur einen einzigen Punkt im ersten Level geholt, das ist so bescheuert. Naja. Ja, ich kenne das Spiel ja nicht, also. Ich mache dann mal Spaß, sage ich mal so. Ich schicke dir mal den Namen im Spiel, einfach mal so. Das gab es diesen Monat nämlich gratis, wenn du, äh, äh, Playstation-Headerspiel bist. Deswegen, äh, Schicht, die das gemacht. Ich mein, du... Wie ist denn Monat, wirst du wirklich, müsstest es das dann noch geben, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ich muss mal gucken, bei, äh, Playstation-Urtals, äh, monatliche Gratisspiele. Einige von den Switch-Guckern, äh, die kennen ja, die sind erstes Spiel vom hier in den Switch auch noch, das ist im Prinzip, wie sie am ersten Level zurückgekehrt. die neunmal diejenigen die sich vielleicht nur dran erinnern werden ich habe am ersten Mal gedacht man muss ich muss dich jetzt leider ganz ich schicke gerade ein Foto er war immerhin muss ich das nächste Video von Switch fange ich mit dem nee direkt mit dem nächsten Video Strecke an und vielleicht bin ich dabei mit der Verlust ich bin nächstes Mal wenn ich habe es hat euch gefallen diesmal hat sie ja Unterstützung von dem lieben Cedric Dankeschön dafür kein Problem und ja dann sage ich mal bis dahin wir sehen uns also wieder ich wünsche euch weiß und nicht ich bin Vielen Dank.